Ich grüße dich heute ganz herzlich zu Furchtlöscher. Was willst du leben? Gnade oder Gesetz? Das Gesetz verurteilt die Besten. Die Gnade rechtfertigt die Schlimmsten. Das Gesetz zeigt mir meine Sünden, die Gnade dagegen, wie mir vergeben wird. Das Gesetz zieht immer Gericht nach sich. Die Gnade wird immer von der Erlösung verfolgt. Das Gesetz spricht von Bezahlung, weil ich schuldig bin. Die Gnade davon, dass in Christus alles bezahlt wurde. Das Gesetz kündigt mir den Tod an, weil ich gesündigt habe. Die Gnade spricht vom Leben, weil durch Jesus meine Schuld vergeben ist. Das Gesetz erklärt mir, dass ich bestraft werden muss wegen der Sünde. Die Gnade sagt mir, Christus hat die Strafe schon getragen und bezahlt, die ich verdient hätte. Das Gesetz erklärt mir den Zorn Gottes. Die Gnade zeigt mir die Versöhnung, die durch das Blut Jesu möglich geworden ist. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit und gute Werke. Es fragt danach, was ich Gott als Bezahlung anbieten kann. Die Gnade dagegen antwortet, Christus ist meine Gerechtigkeit und meine Heiligkeit. Er hat alles für mich bezahlt. Halleluja! Genieß das! Der Herr hat es schon für dich getan. Ich war in Uganda, in Kampala, dort in einem der größten Gefängnisse. Mich begleitete Pastor Joshua, der unter Idi Amin unschuldig im Gefängnis saß. Er hatte dort auf seine Hinrichtung gewartet. In seinem Todestrakt, in seiner Todeszelle betete er, Herr, ich fürchte mich nicht vor dem Sterben, aber ich habe Angst vor der Folter. Bitte lass den ersten Schlag, den sie auf mich einschlagen, tödlich sein. Und dann geschah das Wunder. Joshua berichtet, plötzlich schien ein helles Licht in meine dunkle Zelle. Und ich hörte die Stimme Jesu, du bist nicht allein, ich bin mit dir und ich bin immer bei dir. Fürchte dich nicht. Alle Angst verschwand, ich kniete nieder und fing an, den Herrn zu preisen. Ich muss mit lauter Stimme gesungen haben, denn plötzlich ging die Zellentür auf und zwei der Wächter schleppten mich hinaus. Ich dachte, jetzt werden sie mich umbringen, aber ich hörte nicht auf, Gott zu preisen. Als mich der Offizier sah und mein Singen hörte, sagte er zu den beiden Polizisten, dieser Mann muss verrückt geworden sein. Es hat keinen Wert, ihn umzubringen. Werft ihn einfach raus. Und kurz danach war ich ein freier Mann. Ich habe was gelernt. Wir sind niemals alleine. In der Anbetung Gottes liegt eine ungeheure Kraft. Und Gott hält immer alle Versprechen, die er gegeben hatte. Und so heute genieß es, du lebst aus seiner Gnade. Vielen Dank, dass Sie unseren Furchtlöscher-Kanal besuchen. Es ist unser Ziel, Ermutigung und Freude am Glauben weiterzugeben. Mit einer monatlichen Spende von 10 Euro helfen Sie uns, diese wertvolle Arbeit weiterzumachen. Gemeinsam für Gottes Reich. Gott segne Sie. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft.